Musik 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 Hey, erzähl mal. So, heute erwartet man ja alles, ne? Also Tugfahrt, ihr seht ja gerade, erwartet euch, Natur erwartet euch, Architektur erwartet euch, Geschichte erwartet euch, sportliches Eileiten anscheinend, und Kunst. Also ich hoffe, ihr freuen euch beide, es geht, nach Zimmer, habt ihr die Idee? Zum Kloster, liebe Schuhe. Wir fahren mit Affäre mit Brüder. So, die Brüder, wir spielen. Ja, ich denke. Das ist das so genannte Kloster München, wurde 1442 erbaut, und ja, ist ein altes, das ist das Ende ein Kloster gewesen. Ja, ich glaube, das ist das so genannte Kloster. Ich meine, das ist ja... Ui, doch, was war... Auch was zu lesen, wenn ihr wollt? Ich könnte gerne lesen, wir können auch wieder weiter machen. Ja. Haben Sie Zeit? Aaaaaaah! 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 Aaaaaaaah! Aaaaaah! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, wie ein Mann! Ja? Oh, Anik, Sie grüßt! Oh! Janine hat es doch geschafft? Janine hat es bei 3 geschafft. Was, bei 3? Ja. Wow. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Scheiß. Ohne Mist. Extrem. Ich bin bei solchen Bahnen immer schlecht. Ja, ja, ja. Ich glaube dir auch nichts mehr. Ich glaube dir absolut nichts mehr. Ja, gut. Moment. Das geht doch mal los. Ja, aber dem anderen ging das auch so. Genau. Wie können Sie das so davor machen? Ja. 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 Scheiße. Wo-o-o-o-o... Das ist gut. Ein schnelles Mal. Das ist ein Schlafen. Das ist ein Schlafen. Das ist ein Schlafen. Das ist ein Schlafen. Jetzt gehts zurück. Das ist ein Schlafen. Das ist ein Schlafen. Das ist ein Schlafen. Das ist ein Schlafen. Die haben schon eine schöne Bahn.